So, also mir wäre jetzt gleich Kollege verarsche, der ist gerade schön am zocken und jetzt war ein Fernseherwerk kaputt, er kommt natürlich total stürmisch vor und dann warte ich da hin, in der Tatür und hau ihn voll in die Runde, das wird geil, ich geh nur rufen, warte ich muss doch rufen. Ich bin der Tatür kaputt.